Die Firma Danner wurde 1877 in Gaspolshofen in Form einer Schlosser- und Spenglerwerkstätte vom Urgroßvater des heutigen Besitzers gegründet. Ein großer Meilenstein in der Unternehmensgeschichte war das Jahr 1955. In diesem Jahr wurde die Firma Danner fort Vertragswerkstätte. 1971 übernahm Rudi Danner die Firma seiner Eltern. Gleichzeitig trat sein Bruder Manfred Danner als Gesellschafter ein. 1978 konnte das neue Autohaus am Standort Christkirchen feierlich eröffnet werden. Im Zuge der Modernisierung fand 2004 der Spatenstich für die Errichtung eines neuen Karosseriezentrums inklusive Spenglerei und Neugestaltung des Innenbereiches statt. Das Karosseriezentrum in Christkirchen 2006 und das Karosseriezentrum Gaspolshofen 2007 konnte gemeinsam mit dem Lackspezialisten Spies Hecker zum Identica Center weiterentwickelt werden. Mit der Inbetriebnahme des neuen und modernen Pannen- und Abschleppzentrum im Jahr 2012 investierte das Unternehmen weiter in den Standort Gaspolshofen. 2015 fand der Spatenstich für den Neubau des ersten Fortgewerbezentrums in Grieskirchenstadt. Zeitgleich wurden die Büros modernisiert und ein zusätzliches Obergeschoss installiert. Im Sommer 2018 wurde die Modernisierung mit Zubau eines Ausstellungsbereiches in Gaspolshofen die Filianlösung nach Fortstandard abgeschlossen. Im Zuge eines zünftigen Frühschoppens wird diese nächstes Frühjahr der Öffentlichkeit präsentiert. im Sommer 2020 Vielen Dank.